Hallo, mein Name ist Axel Lüttgring, ich bin Scrum Master und Agilist aus Leidenschaft. Jetzt möchte ich das Thema Product Owner mit Ihnen mal genauer beleuchten. Was macht ein Product Owner ganz genauer? Welche Herausforderungen gibt es? Wie kommuniziert er mit den Stakeholdern? Das interaktive Spiel fangen den POs, meistens ein echter Augenöffner, macht wirklich Spaß. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.